RTL-Moderatorin Katja Burkhardt überrascht mit sonnigen Urlaubsgrüßen im Bikini. Das bekannte Gesicht von Punkt 12 genießt aktuell ihre Zeit in Japan auf den Okinawa-Inseln im Meer. Auf den Bildern, die sie auf Instagram teilt, strahlt sie mit der Sonne um die Wette. Unter ihrem Post schreibt die 58-Jährige, endlich am Strand, Grüße aus Okinawa. Ihre Follower sind begeistert von Katjas sportlichem Body und überschütten sie in der Kommentarspalte mit Komplimenten. Sogar einige Prominente haben sich unter den über 300 Kommentaren eingefunden. Kollegin Birgit Schrowange hinterlässt drei Flamm-Emojis, während Evelyn Burdeki ein Herz und ebenfalls eine Flamme kommentiert. Der Hashtag Family Time verrät, dass es sich um einen Familienurlaub bei den Burkhards handelt. Bereits zuvor hatte die schöne Blondine beeindruckende Eindrücke aus Japan geteilt. Unter anderem hat Katja einen Sushi-Kurs besucht, vor den Wolkenkratzern in Tokio posiert und Heilige Rehe von Nara gefüttert. Die Moderatorin scheint viel Spaß zu haben und ihren wohlverdienten Urlaub in vollen Zügen zu genießen.